Habe ich irgendwas zum Essen? Nein, habe ich nicht. Super. Aber trinken. Oh, was war das? Das war ein Wildschwein. Boah, Alter. Also wir brauchen nur 10 Baumstämme und 20 Seile. Den? Ja, das ist halt nicht schwer. Ja, die Seile könnte schwer werden. Ja. Hallo? Die Seile ist nicht schlimm schwer. Ah, cool. Wildschwein getötet. Ja, mit dem Fleisch. Dann hast du noch zufälligerweise eine Sodadose für mich. Gerade nicht mehr. Aber ich habe hier Fleisch, wenn du aber willst. Ja, doch. Dann müsste ich nur hier hinkommen. Ja, ich kann rübergeflogen, rübergeschwommen. Ja, hier, Seile ist es, wenn ich das mache. Hast du diesen Totem hier aufgestellt am Stamm? Nein. Ich habe kein Totem hier aufgestellt. Wo ist der Totem? Direkt vor unserer Mini-Hütte. Nee, der ist kein Totem. Wenn du da das Fenster ausguckst, dann steht er da direkt zu. Hier. Was? Geh mal weg? Dö. Hast du die Items hier rumfliegen? Dö. Aber jetzt ist doch jetzt ein Kopf hier. Der Schäde. Interessant. Okay. Das andere Stück Fleisch, was hier lag, das war deins, ne? Ja. Alles von dir gegessen hat. Okay, hast du schon. Genau. Also du hast, äh, kein Dings mehr. Kein Soda. Ne. Wir brauchen 20 Seile. Wir machen Seile mal aus, äh, Kloss, ne? Weiß nicht, ob man die sich überhaupt selber machen kann. Ja, aus, ja, aus Flo. Ich hab immer relativ viel Seile. Warte, ich wollte gucken, wie viel, äh, ja, wie viel ich machen kann. Ja. Da sind gerade noch Holzfällen dafür. Der, demnächst vor der, ähm, Dings wechseln. Vielleicht. Nehm dir noch ein bisschen auf. Ja. Ach so, der Michi will mit, der wird anders da. Ja. Aha. 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 Ja, ich würd' sagen, wir bauen jetzt mein Ding noch auf und dann, guck mal, hab ich dir auch noch mal morgens. Ja. Und... Zwei. Hast du, äh, Kloss? Ja. Relief nicht viel sogar. Wie viel Seile brauchen wir? Zwanzig. Okay, jo. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 Vier. Zwei. Hallo. kurz ja kurz und dann war ich es gibt nur das angegriffen wird ich komme ich an zwei locks und fertig ist halt auch die seite ich habe jetzt genau ja ich gehe mal ein bisschen Klostfarben ja, wüsste ich auch Sollen wir mal beide innen? Was? Lass uns das nach rechts Wo bist du überhaupt? Hier, rechts von dir Ach, da hinten Ich darf jetzt schon mal los Ja, ich glaube, hier kommt aber nichts mehr Links von dir, links von dir da unten ist ja das Stranddorf Ja, da kann ich gucken, aber das ist vorher richtig viel Ja Also ich bitte Warte, war da vorne nicht auf der anderen Seite? Da, wo wir eben Ebenholz geholt haben Da war noch das Ausguckel, da ist noch ein Seil dran gewesen Ich hab doch keine Ahnung Hier und auf jeden Fall an diesem Stranddorf, da dürfen noch Koffer liegen und so weiter Ja Ja Koffer liegen hier nicht Bitte? Koffer liegen hier nicht, hab ich gesagt Das ist so Aber rot angemalte Schädel Hier Ah, eine Soße, sehr gut Ein Tennisball Hier fang Schade, dass man hier diese Seile nicht abbauen kann, die da drinnen rumhängen Ja Leider Hier aber diese ganzen Pinapepremer Stoff Also diese Totendinger, ne? Deswegen sag ich dir das am besten Aufstellen, dass die in verschiedenen Richtungen es holen können Ja Ich brauch irgendwie Energy Ich wollte die Blumen gerade nicht essen, ich wollte eigentlich was craften Egal War nie gut, die Bären Ich glaub ja Ja Ich brauch noch einen so, da Ne, ich hab irgendwo auch keines Ne, ich hab irgendwo auch keines Oh, das ist so ätzend mit der Energie jetzt Ach, hier hab wir eins gefunden, sehr gut Der Benzinkanister Ich hab's ja noch nie ausprobiert Hey, Jo, ein bisschen Dorf Ah, sehr gut Ich hab grad vier Koffer bei mir Dorf und Ronon Ich hab grad vier Koffer bei mir, dann kann ich nicht mehr lupen Hier hängen auch viele Kleidung, aber als Problem ist halt die Dorf und Ronon Ja, das ist echt so Aber hier sind schon mal Koffer Koffer, wir haben immer vier Essen dabei Ähm Brauche ich dir eventuell Hilfe Ah, schaffst du schon Na, weglaufen Ich glaub ganz fest an dich, Mario Na, wo bist du denn? Weil ich bin der Team, ich bin mehrmals schon gelaufen Dass wenn die Besicht dabei eigentlich schon Geht ist Mario, wo bist du denn? Ich bin an dem Dorf hier oben Oh, du vor der Weg Hier oben Hier oben Mein Lauf Lauf, mein Freund Glaub an dich Oh Ähm Hier oben, den ich entdeckt bin Was? Oh, wir sind nämlich im Verkunftsprecher Die nicht entdeckt Oh oh Nein! Komm! Hier war grad einer So, der ist tot Bildschwein Hier war grad Hillybilly Alter Da kommt schon kleine Frau Kommt zu mir Ose liegt hier Baba Oh, der ist tot 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 Ich brauche, ich brauche, ich brauche ein paar Zähne Ja Äh, hier ist nichts drin Hallo Mario No Scheidung Wildschwein Reichtbar Box und Pech krieg ein Prozent raus Hast du zählt zufälligerweise? Äh, warte 3, 3 würden mir reichen Ähm, ja, habe ich 1, 2 oder wo sind die denn nochmal? ganz oben unter der Schüssel hier, nimm erstmal aber ich hab selber, oh, ich hab selber 6 für gehts es weil damit kannst du dein Ruffle besser machen, ne? ja wir legen ganz viele iPads rum ja, viele iPads so wie viel kleine baut man denn für Seile das ist nicht ah, da so ich hab jetzt 3 Seile, wie viel hast du? ja, ich hab, ich hatte 11 ich kann aber nicht grafen sonst fehlen ja nur 9 ja ich hab es auch nochmal, ich hab auch nochmal 3 aber ich hab glaube ich kann, ich hab noch genug Klotz, glaube ich für die letzten 3 Seile ja, bau die mal jetzt ich kann dann maximal 3 mitnehmen, oder? ja, ich kann maximal 3 tragen ok, dann lass uns die mal eben bauen jo warte Ding grad rausgetappt äh, du sollst wieder reinkommen, Dorfbewohner hinter dir was? oh Gott hallo? er kommt hier hallo mein Name ist Hulus da ist noch einer rechts an dir ah hallo ist er tot? ja ne ist er tot ok Auf zur Sippein Ja, ich bin gespannt Ich weiß nicht, was ich in den Schreit Was, was lautet, krass Immer die Probleme mit der Ausdauer, ey, das ist so nervend So, ich kann mal ab Oh, das ist okay, genau Sechs Eiler fehlen uns Ja, ich hab selber... Ja, ich hab's gut geklappt Hallo, hier hinten Hallo, Mario Und doch, wie das da einfach jetzt schon in der Luft gespannt ist Ja, man Aber auch noch heute, die Zwischenzeit, willst du mal heute? Holz hab ich schon eigentlich Ach so Hä? Irgendwie kommt kein Seiler dazu, um das Gefühl Doch, weiter hinten aber nur Er will mich immer noch elf Was? Ja, mir steht immer noch elf Wo steht elf? Ja, bei den Seilen, die wir noch brauchen Mir steht nur noch, äh, jetzt war das fertig Ah! Auf geht's! Oh Gott! Man fliegt weit, okay Wir müssen aber ne Wand aufbauen, dass er da in der Gegend kneift Einfach ne Wand entgegenkommen und platschen Kann man da zurückgehen? Ne, geht nicht Ne, ne? Gerade Ich will nur noch hier einen hohen Turm machen, um diesen Blender rüberzubauen Dann hätten wir's erledigt Ja Ja, also ich würde jetzt mal ein bisschen weiterzocken, aber ich weiß nicht wie du noch vorhättest Ich würde eigentlich auch ein bisschen weitermachen, aber der Michi wartet ja auch Michi? Was ist der Michi überhaupt? Da! Ah, er ist voll mütet Wollen wir da was anderes machen oder was willst du machen? Warte mal So, ich hätte jetzt hier ne Wand erstmal hingehauen Ja, wir müssen jetzt mal machen, wir brauchen ne Holz, ne 5 Holz Beziehungsweise warte mal Ich mach ja nicht die Wand hin, wir brauchen was anderes da Ähm Warte mal, nix bauen, nix bauen Ich hab ganz viele Steine, ne? So, ähm Die Ecke Ja Warte Was ist das? Oh Gott Ernsthaft Super Das war jetzt komisch Ah, das war jetzt eindeutig komisch Hallo Stein, wo seid ihr? Mein Stein, ja hier Mein Stein ist weg Ich hab nur einen Stein, ernsthaft? Den gib, gib den mir Den hab ich jetzt da drüber verbaut Ja, dann lass erstmal welche holen gehen Woher sind die anderen Steine denn? Ich war doch vorhin komplett ausrüstet mit Stein Können jetzt nicht alle weg sein Ah, entscheidet ja schon Warte Gehen dann mal welche holen, tschüss Ja lass uns das Boot direkt nehmen Okay Aha Egal Bis nächstes Mal Ich hab, ich hab so ne Steintasche, das hat nicht genug tragen können Ich hab ganz extra mehr Steintragen als früher, als vorher Das ist gut, und wir brauchen, warte 13 Ja, das krieg ich jetzt Und wir brauchen eine Ladung, äh, Loks für Die Verbindung Ja, dann, äh, das krieg ich nicht hin Ich kann ja mal schon mal die Wände für die anderen Ja, zieh schon mal die Wände, na Ja Ähm Kann man jetzt eigentlich irgendwie auf Vollbild-Fenstermodus machen, oder so? Nervig Wunder dich nicht über das ganze Holz Ah, Puls, Puls, Off Ja Ernsthaft, ich kann die Wand hier nicht reinhauen Ja, es sieht ein bisschen kacke aus, aber anders ging es nicht Was ist hier unten drunter? Feuer Das kann ja dann weg, das kann auch weg So Fünf Sechs Acht Elf Elf Zölf Drei Zehn Okay, ich hab' einen Scheinern Und, der Plan Action Ui Oh, ich komme, Mario Achtung Ich habe durchs Bild geflogen, bis bei mir Tschüss Okay Kann man ja nachher drüber machen? Noch einer hoch Ja, zur Sicherheit Ja, das geht, aber ich glaube, das brauchen wir nicht Bevor wir das zur Sicherheit testen, äh, lass uns erstmal hier mal dagegen drüber ausprobieren Ja, müssen wir nach hinten, müssen wir erstmal zurück Lass das Pool gleich mitnehmen Ja Kann man gleich auch machen Und auch hier eben überall Fenster reinhauen Aus Chor Die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020